Ich will kommen zurück zu einer neuen Folge von Game of Thrones. Wir sind... Ah, die Mira. Ach stimmt, wir mussten ja... ... ihn überreden. Ja, schön für dich. Da bin ich mal gespannt, der wird uns bestimmt eh nie die Wahrheit sagen. Ich weiß es nicht, aber... ... ich kann halt nicht alles bekommen. Ich habe euch Wein gebracht. Ich bin ein bisschen von Vorteil. Ich habe euch ein Wunsch bekommen. Wein? Nein. You know the way to my heart. And you didn't even have to hide it. Hmm. Doesn't smell poisoned. Poisoned? Cersei would love nothing more than to save herself the trouble of a trial. You don't expect me to drink alone, do you? Nein. Bisschen wird auch nicht schaden, hm? No, klar. Immer noch rein. Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ich hab mir Sorgen um euch gemacht. Lady Marguerite hat mich... Marguerite... Ich hab mir Sorgen um euch gemacht. Hast du es zwar gelogen? Nein. Hmm. Auf eurer Zeichnung, wer wisst ihr das? Hmm. Auf eurer Zeichnung. Wenn du bist. Ich wüsste, dass wir sehr weit sind. Also, sag mir. Cersei hat dich, nicht? Ach nein. Aber gut, ich könnte jetzt die Wahrheit sagen. Und dann vielleicht sagt das mir nicht. Sie hat mir keine Gewalt gelassen. Ich bitte mitmachen, hat sie nicht. Sie hat mir keine Warte. Sie hat mir keine Warte. Vielleicht sagt er mir ja sehr trotzdem. Ich weiß es nicht, man kann es ja dann immer noch mal... Ich wollte ihm die Wahrheit, lasst mich das machen, haltet euch da raus. Oh. Dachte eigentlich, die sagt das netter. Nein, ich benutze sie. Ich weiß, was ich tun kann. Nein, ich benutze sie. Und was würde Lady Margaery machen würde, von der neuen Freundschaft mit meiner Freundin? Ich wüsste, dass sie gefühlt wird. Hmm. Keine Ahnung. Sie würde es verstehen. Sie würde es nicht herausfinden? Lady Margaery weiß nicht. Und ich will, dass sie das so halten. Du wüsst dich selbst, wenn du denkst, dass es dein Geheimnis zu halten ist. Und ohne ihre Schutz. Du bist in einer sehr gefährlichen Position. Was soll ich Sersi sagen? Das ist die Wahrheit. Ich sage einfach mal vielen Dank. Okay, Ness. Ich hätte vielleicht damals den... den Zettel doch nie verbrennen sollen. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung eher. Ah, ich weiß auch nicht, ob das jetzt richtig war, ob der... ob der... ob das die Wahrheit ist. Oh. Ein halbnackter Rodrik. Was hat er denn getrieben? Ah. 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 Schön. Cousy Cousy. Herrlich. Wir werden heiraten. Wir werden heiraten. Wir werden heiraten. Und keiner will be able to keep us apart. Not Griff. Not his father. Not Ramsay Snow. I was hoping you'd say that. Rodrik? Hm. Oh. Oh. I'm sorry. I thought you were alone. Good morning, Talia. Hello, Elena. Oh. I... I didn't realize you two were... I mean, I didn't realize she was... It's alright, Talia. Come in. I really am sorry. I'm sorry. It's just a piece of urgent, Rodrik. And... It's alright. I can go. You two need to speak. I'll see you soon. I hope. Na klar. Alright then. I'm listening. Last night I couldn't... I was having nightmares. So I... Go on, Talia. I went back there. To the Grove. And someone was there. What do you mean? Look. Oh god, how are we now? Scheiße. Oh, I'm so upset. This is a report. How many fighting men we have. Where Griff and the Whitehill Garrison are being held. It even talks about Elena. I know. It's everything. I couldn't believe it. If I hadn't seen it with my own eyes. Were you seen Talia? No. It was dark. But... I saw him. I saw him. I need to know who it was. I don't know. He's like family, Rodrik. But it doesn't matter. He's a traitor. He endangered our house. You have to deal with him like you would any other man. I'm sure he had his reasons. But no reason is good enough. Talia, I'll do the right thing. You know me. I do know you. That's why I need you to promise. Promise me, you'll kill him. Roger. Oh my God. Oh my God. Anyone who would betray us like this, deserves to die. Yeah, I'm sure. Okay, I promise it, yeah. Oh, now I'm so excited. Now, tell me. Come with me. He's in the great hall. Scheiße. Oh, now I'm so excited. My heart. Oh, I'm so excited. I'm just so excited. I don't know if it's right now that I've promised you. Because we know who that is. Oh, no, 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 no. Uh huh. Oh, God. Oh, God, that button looks so excited. Go get the grab̯s. Him as well. Ist das nicht der Onkel vom Garret? Hm, der Onkel vom Garret. Scheiße. Oh, der hat bestimmt irgendeine Ausrede. Ihr habt uns voran erklärt. Ähm, kein Erdisch. Warum hast du das alles gemacht? Denn du bist schrecklich, Roderick. Ähm, kein Erdisch. Ähm, kein Erdisch. Ähm, kein Erdisch. Pff, so ein Arschloch. Ähm, kein Erdisch. Ähm, kein Erdisch. Ähm, kein Erdisch. Ähm, griff ist weg. SOMEONE HELPED HIM ESCAPE. Was ist das, was du gemacht hast? Ludd warst du an der Erdbeeren. Ich habe das gemacht, um deine Leben zu retten. Ja, Ryan, Duncan, ich vertraute dir. Ja, alle. Ja. So ein... Was ist das, was du gemacht hast? Ja. Was ist das, was du gemacht hast? Ja. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Ich nicht nehmen. Wen? Beziehungsweise was soll ich nehmen? Ich töte sein. Ich töte ihn. Weil ganz ehrlich, es war irgendwie... Ich weiß es nicht. Hat uns so verraten und hintergangen eigentlich. Und ganz ehrlich, ich glaube nie, dass er uns noch irgendwas Hilfreiches, beziehungsweise so Wichtiges zu sagen hat, dass das uns irgendwas helfen könnte. Beziehungsweise irgendwie uns weiterbringen könnte. Deswegen... Ne. Und dann noch dieser blöde Spruch jetzt zum Schluss. Also ich hoffe... Ich hoffe... Oder ich hoffe... Oder ich habe mir gewünscht, dass ihr bei dem Leichenwagen drauf geblieben wärt. Oder so ein Scheiß. Deswegen... Ich töte ihn jetzt. Wird uns vielleicht Gerrit nie verzeihen, aber... Ganz ehrlich. Ich hoffe... Ich hoffe zumindest... Ich habe gesagt... Wir müssen Asher warnen. Wir können nicht, wenn er am Meer ist. Mein Herr, was machen wir? Wir bringen euch schon nach Hause. Wir bereiten... Wir reiten zur Küste. Ähm... Wir reiten zur Küste. Ja. Wird das! Da? Wird der Küste. Wir fahren zur Küste. Vielen Dank.